Hallo, ich bin Elly Enix und das ist der 17. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Zu Beginn muss ich mich gleich mal wegen dem letzten Video bei euch entschuldigen. Sorry für den Titel und für das Thumbnail. Ich glaube, ich habe einige von euch damit ziemlich erschreckt. Aber zum Glück ist ja nichts passiert. Also eigentlich zum Glück haben wir es wieder rückgängig gemacht. Also Emma ist wohl auf. Übrigens nehme ich diesen Part jetzt auf, bevor der letzte online geht. Einfach deshalb, weil ich nächste Woche im Urlaub bin und deshalb muss ich eben ein wenig vorproduzieren. Also könnt ihr mir auch noch gern unter diesem Video Namensverschläge für unsere Hühner geben. Und natürlich brauche ich auch eure Meinung, ob wir uns jetzt ein Lama oder eine Kuh zulegen sollen. Also schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und bevor wir rein starten, ich hoffe, ihr habt den Termin für meinen 10 Stunden Stream schon in eurem Kalender eingetragen. Und zwar ist es der Sonntag, der 18. September ab 10 Uhr. Es wird jede Menge unterschiedliche Spiele, Challenges und Gewinnspiele geben. Also schaut auf jeden Fall rein. Und folgt mir am besten auch gleich schon mal auf Twitch, damit ihr ja nichts verpasst. Aber gut, dann starten wir jetzt in den Part hinein. Und mit Blick auf unsere Emma, die noch im Pyjama ist, starten wir jetzt in den Part hinein. Wir haben Montag kurz vor 5 Uhr früh und wir haben gerade eine spannende Benachrichtigung bekommen. Und zwar hat Emma gerade eines ihrer Gemälde verkauft und jetzt hat sie die Unternehmerfähigkeit erworben. Emma hat begonnen, Unternehmerfähigkeit aufzubauen. Wenn sie alles gibt, um diese Fähigkeit zu verbessern, wartet Ruhm und vor allem Reichtum auf sie. Okay, also ich glaube, das kommt jetzt mit dem neuen Pack oder dem neuen Update. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall finde ich das wirklich cool. Und hier haben wir auch das Unternehmen. Möchtest du deine Ideen vom Funken bis zur kleinen Firma und schließlich zum großen Unternehmen vorantreiben? Baue deine Unternehmerfähigkeit auf, indem du deine Nebentätigkeiten weiter ausbaust und bei Gelegenheitsjobs und in der Freelance-Karriere brillierst. Also passt jetzt nicht so hundertprozentig zu Emma, aber ich finde es wirklich super, dass es das jetzt gibt. Und wir lassen sie jetzt einfach noch ein Landschaftsgemälde malen und warten dann mal, bis die Sonne aufgeht und bis die Kids aufwachen. Wir haben momentan übrigens auch Sommerferien. Also ich habe das so hier eingestellt. Also die Kinder haben jetzt Montag bis Freitag noch frei, da eben hier Sommerferien sind und es ist eben ein Schul- und arbeitsfreier Tag. Und deshalb habe ich mir heute gedacht, wir könnten einen kleinen Ausflug machen. Und zwar habe ich Newcrest komplett umgebaut. Also das sind jetzt jede Menge neue coole Grundstücke. Und da werden wir dann heute einen kleinen Familienausflug hinmachen. Und jetzt haben wir folgende Benachrichtigung bekommen. Eine ausgeglichene Mahlzeit. Jemand hat gesagt, dass man Dreck essen kann, aber ein anderer meinte, davon würde man sehr krank werden. Kann man Dreck essen? Diese großartige Frage stellt Violette ihrer Mutter. Ja, und wir werden ihr ganz einfach sagen, Dreck zu essen ist wirklich ungesund. Es ist nämlich einfach wirklich ungesund. Es ist egal, ob sie jemand hänselt, es ist einfach ungesund. Und dadurch steigen jetzt ihre Manieren. Äh, nein, die Klasse von Ivy macht heute gar nichts. Heute ist nämlich schulfrei. Nicht klug genug. Ivy hat jetzt Angst, dass sie nicht klug genug ist. Und wir sagen ihr, konzentrier dich auf andere Themen. Einfach, weil wir schon mal gesagt haben, dass die Schule eben nicht ihre Stärke ist, sondern eben vor allem Landwirtschaft und das alles. Nein, wir gehen heute nicht in die Schule. Okay, irgendwie checken meine Mods das anscheinend nicht, dass heute Sommerferien sind, aber das ist mir egal. Oh, und Emma hat ein neues Gemälde gemahlen. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Das werden wir dann auch gleich mal verkaufen. Und da es auch allen der Familie sehr, sehr gut geht, hätte ich gesagt, wir können den Familienausflug eigentlich gleich starten. Und zwar reisen wir jetzt mit allen gemeinsam nach Newcrest. Also ich hoffe, dass unsere Kleinkinder nicht wieder nach Hause geschickt werden, aber das werden wir ohnehin gleich sehen. Und hier haben wir jetzt Newcrest. Wie ihr seht, ich habe jede Menge Grundstücke aus der Galerie platziert. Und zwar habe ich hier oben ein Fitnessstudio platziert. Hier haben wir ein Restaurant. Hier haben wir einen Handel. Also auf das bin ich schon sehr, sehr gespannt. Keine Ahnung, ob da irgendetwas funktionstüchtig ist. Ich habe es mir noch nicht genauer angesehen. Dann haben wir hier ein Gemeinschaftspool. Hier haben wir einen Moviepark. Also das ist sowas wie ein Outdoor-Kino. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dann haben wir hier noch einen Park mit jeder Menge Spielmöglichkeiten für die Kinder. Hier haben wir tatsächlich eine Hochzeitskapelle. Dann haben wir hier noch ein Café. Hier eine Bibliothek. Und hier haben wir noch einen Secondhand- und Bubble-Tea-Laden. Aber gut, wir haben eben Sommerferien. Deshalb hätte ich gesagt, wir starten einfach gleich mal damit, dass wir zum Gemeinschaftspool schauen. Und wir nehmen natürlich die ganze Familie mit. Also unsere fünf Kinder. Und dann hätte ich noch gesagt, wir nehmen Gabriel mit, weil er ist ja der Vater der Kinder. Und dann würde ich auch noch gerne Lenny mitnehmen. Und eigentlich können wir auch noch Raoul einladen, weil immerhin ist er auch der Vater von zwei unserer Kinder. Perfekt, dann sind wir jetzt auf dem Weg ins Schwimmbad. Daisy mitzunehmen ist sich leider nicht mehr ausgegangen. Aber da sie in unserem Haushalt ist, kommt sie einfach nach. Und hier sind wir jetzt. Lenny hat tatsächlich schon seine Badebekleidung an. Dann werden wir den gleich mal begrüßen. Und zwar werden wir ihm einen Klopf-Klopf-Witz erzählen. Sind dann auch sonst alle gekommen? Wo ist denn Gabriel? Und wo ist Raoul? Die beiden sind irgendwie schon wieder weg. Sie waren aber gerade noch da. Oh, ist das Ted? Oh, wie süß ist das? Also Raoul ist gegangen. Aber dafür ist jetzt der Opa der Kinder da. Und den wird Jared jetzt einfach gleich mal begrüßen. Und zwar wird er ihn liebhaben. Gut, und eigentlich könnten wir auch die Freunde der Kinder einladen. Wieso ist sie denn angespannt? Weinendes Kleinkind. Jared, warum weinst du dann? Achso, das ist Rose. Rose, nicht weinen. Okay, dann müssen wir jetzt ganz schnell die Windeln von ihr wechseln. Und dann werden wir jetzt noch schnell die Freunde der Kinder einladen. Also, wir laden ein. Amy. Christian. Leo könnten wir eigentlich auch einladen. und Nawai laden wir ein. Weil ich glaube tatsächlich, Daisy und Nawai kennen sich noch immer nicht. Lenny singt aus irgendeinem Grund. Sommerferien beginnen morgen. Nein, Sommerferien haben wir tatsächlich schon heute. Okay, Christian wird gleich da sein. Dann könnten wir eigentlich alle gemeinsam eine Runde schwimmen. Und das werden wir jetzt machen. Wir werden hier zusammen hier hinschwimmen. Ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn wirklich alle schwimmen. Okay, Daisy ist schon dabei. Auch Ivy schwimmt schon. Und Violet ist jetzt auch auf dem Weg. Die Kleinen können natürlich nicht schwimmen. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Rose tanzt hier draußen und Jared macht irgendetwas. Er bittet seine Mutter um irgendetwas. Ja, ich möchte aber eigentlich nicht, dass die hier so stehen. Ich glaube, ich werde schnell ein Pool für die Kleinen kaufen, dass sie zumindest irgendetwas zu tun haben. Okay, und hier haben wir jetzt die Pools für die Kleinkinder. Wo könnten wir das denn hinstellen? Ah, und hier könnten sie auch spielen. Können sie hier ins Wasser gehen? Nein. Aber sie können hier spielen. Gut. Dann werden wir jetzt die Gruppe auflösen. Und die beiden sollen eine einzelne Gruppe bilden. Und dann werden die beiden jetzt eine Gruppe bilden. Und werden jetzt gemeinsam hier im Sandkasten spielen. Und zwar werden sie viele Sandskulpturen bauen. Und das Kinderpool werde ich hier in die Ecke stellen. Das alles werde ich einfach verkaufen. Und dann können sie hier dann eigentlich auch spielen. Wobei schon irgendjemand auf die beiden eigentlich aufpassen sollte. Aber so ist das ja immer mit Sims, die machen, was sie wollen. Okay, Emma, möchtest du nicht schwimmen? Dann setzt du dich einfach mit Lenny hier auf diese Bank. Dann könnt ihr die Kleinen ein bisschen im Auge behalten. Daisy geht es voll schlecht. Ach, weil schon wieder ein egoistischer Sim in der Nähe ist. Das ist ganz sicher Amy. Ich weiß es genau. Okay, Violet, freund du dich ein bisschen mit Amy an. Wir werden sie mit Wasser anspritzen. Wir werden ihr eine alberne Geschichte erzählen. Und dann werden wir über Interessen reden. Und dann können wir auch noch ein wenig mit Christian sprechen. Und zwar werden wir einen Witz über ekeliges Essen machen. Denn das ist anscheinend Violet's Humor. Und dann werden wir die Sommerferienaufregung teilen. Weil ich bin mir ganz sicher, dass die Kinder sich total über die Sommerferien freuen. Maru ist jetzt auf einmal auch da. Okay, das ist wirklich ein ultimativer Familienausflug geworden. Ja gut, setz dich doch hier hin. Setz dich doch zu Lenny. Wo haben wir Rose? Äh, nein. Aber du könntest sonst ins Planschbecken gehen mit Emma. Und kannst du auch mit wem ins Planschbecken gehen? Nein, wir haben immer nur Emma zur Auswahl. Okay, dann funktioniert das leider nicht. Oh, wie süß ist das? Kleinkinder in Sims sind so niedlich. Okay, was machen die anderen? Daisy, wo ist denn eigentlich Nawai? Ich wollte, dass du dich mit Nawai anfreundest. Aber die habe ich natürlich schon wieder verloren, oder? Hier sind noch ein paar Kids. Ähm, hier haben wir Enrico. Und nein, das war kein Kind. Das war ihr Opa. Ah, hier ist sie. Okay, perfekt. Gut. Daisy, dann musst du dich jetzt einmal bei Nawai vorstellen. Weil ich will, dass ihr beste Freunde werdet. Und ihr kennt euch noch nicht. Und die beiden haben sich jetzt kennengelernt. Dann können sie einmal über Lieblingstier reden. Über Erwachsene lustig machen. Ich glaube, das machen Kinder gerne. Dann werden wir sie einmal nach dem Tag fragen. Und dann können wir Sommerferienaufregung teilen. Ich will schwitzen. Was für ein Rausch. Ja, Violet, du kannst sehr gerne Fitness mögen. Ich finde, das passt sehr, sehr gut zu dir. Hier scheint es allen sehr, sehr gut zu gehen. Emma möchte auch schon wieder Runden schwimmen. Aber ich glaube tatsächlich, wir werden hier jetzt eine Kleinigkeit grillen. Und uns hier mit Lenny einfach hinsetzen. Dann können sie hier Essen grillen. Und zwar, oh, wir haben so viel Auswahl. Machen wir Hamburger. Warum nicht? Sie grillt jetzt hier Hamburger. Übrigens, die Drillinge haben ja schon am Mittwoch Geburtstag. Das heißt, vermutlich geht es sich im nächsten Part schon aus, dass wir mit ihnen Geburtstag feiern. Darauf freue ich mich wirklich, wirklich schon sehr. Ja, jetzt kommen unsere ganzen Kinder natürlich. Wo sie Essen riechen, kommen natürlich alle wieder her. Aber aus irgendeinem Grund möchte Lenny nicht mehr mit uns sprechen. Okay, dann können wir ja mal alle zum Essen rufen. Und jetzt tanzen sie hier zu Musik. Ich liebe diese Familie. Ich finde sie alle so unglaublich cool. Ich meine, okay, sie tanzen direkt hier vor den Eingängen zu den Toiletten. Aber wenn es ihnen Spaß macht, können sie das natürlich machen. Ja, wie gesagt, es scheint ihnen Spaß zu machen. Und ich liebe es, dass man so von jedem den Charakter irgendwie sieht. Das finde ich wirklich unglaublich cool. Jetzt schreibt uns Lenny, obwohl er eigentlich da ist, lass uns das Feuerwerk auf dem Schräger Humor und Krasse Späser Festival anschauen gehen. Okay, Lenny, das können wir leider nicht machen. Sanmai Shuno ist wirklich viel zu weit weg. Aber da ohnehin die beiden Opas der Kinder da sind, könnten die beiden ja für eine kleine Weile woanders hingehen. Also natürlich nicht zu weit weg, sondern auch hier in Newcrest. Vielleicht sollten die beiden einfach hier gegenüber zu diesem Handelszentrum oder was das auch immer ist schauen. Ich glaube, das wäre eine sehr, sehr coole Idee. Wir können ihn nicht mitnehmen. Warum können wir ihn nicht mitnehmen? Ja, eigentlich egal. Dann laden wir ihn eben ein, wenn wir dort sind. Ist ja auch kein Problem. Und dann sind wir hier und sie ruft schon gerade Lenny an. Was haben wir denn alles hier? Hier können wir Kleidung kaufen. Oh nein, bitte, kauf jetzt hier nichts davon. Ich glaube, das sind eben nur so diese Stapel. Dann haben wir hier einen Brunnen. Oh, was ist das hier? Das ist ja süß. Können wir hier auch irgendetwas? Oh, hier kann man Essen kaufen. Okay. Und hier können wir Bücher kaufen. Oh, das ist so süß gemacht. Ich finde das unglaublich cool. Wer bist denn du? Janet T. Wura. Wieso hat sie Hasenohren auf? Oh, ich kann mich schon erinnern. Diese Hasenohren habe ich damals ja runtergeladen für eines meiner Videos, für das Easter Egg Video. Aber ja, ich glaube, ich habe sie dann gar nicht gefunden. Und jetzt hat es eine fremde Frau auf. Alles klar. Und Lenny ist schon da und dann möchte ich mich mit ihm irgendwo da draußen hinsetzen. Setzen wir uns einfach hier an diesen Tisch. Der ist eigentlich ganz süß und dann können sich die beiden ja ein wenig unterhalten. Und hier sitzen die beiden jetzt. Einer der beiden hat natürlich schon einen Kaffee. Wie sollte es anders sein? Und wir werden ihm eine lustige Geschichte erzählen. Dann werden wir einmal über das Kochen sprechen. Und dann können wir einmal eine tiefgründige Unterhaltung führen. Dann können wir einfach sehen, ob die beiden wirklich auf einer Wellenlänge sind. Oh, und hier hat jetzt sogar jemand die Kaffeetasse abserviert. Das ist wirklich sehr, sehr nett. Und mir ist noch nie aufgefallen, dass Lenny hier ein Tattoo hat. Oh, das ist ein Hund, oder? Voll cool. Nein, immer müssen sich fremde Leute einmischen. Geh weg, wir wollen dich dann nicht. Äh, MC Cheats. Sim zum Verlassen auffordern. Bye, bye. Dann werden wir ihm einen verrückten Plan vorschlagen, was auch immer sie jetzt sagt. Und werden ihm einmal schmeicheln. Wir haben übrigens gerade gelernt, dass er nicht kokett ist. Naja, also bis jetzt sind die beiden ja eh nur befreundet. Da ist es noch kein Problem. Aber wir wissen ja noch nicht, wohin das geht. Weil sie verstehen sich schon sehr, sehr gut. Dann werden wir einmal mit unserer Familie angeben, weil wir haben einfach die beste Familie der Welt. Und schon wieder möchte sich jemand in unser Gespräch einmischen. Warum? Schucken, wer bist du? Sydney Price. Ein Kunde und ein Teenager. Und jetzt haben die beiden noch ein Gefühl miteinander erhalten. Oh, größere Nähe durch glückliche Erinnerung. Ich meine, seht euch diese Gefühle an. Absolute Verehrung. Zusammengewachsen durch gute Zeiten. Größere Nähe durch glückliche Erinnerung. Schwer beeindruckt und einfallsreich. Oh, die beiden sind schon unglaublich süß. Aber ich habe jetzt irgendwie fast die Zeit übersehen. Und wir haben schon sehr, sehr spät. Deshalb werden wir jetzt schnell mit unseren ganzen Kindern nach Hause gehen. Denn auch wenn Sommerferien sind, heißt das ja nicht, dass wir die ganze Nacht in irgendeinem Schwimmbad verbringen müssen. Und dann fahren wir alle wieder nach Hause. Und ihr kommt alle natürlich mit. Rose und Jared sind übrigens schon wieder daheim. Die wurden irgendwie automatisch zur Tagespflege geschickt, als ich mit Emma und Lenny zum anderen Grundstück gereist bin. Also eigentlich dachte ich, wir können noch mehr Grundstücke erkunden in der Zeit. Aber es ging sich leider nicht aus. Oh nein. Und wir haben schon wieder Rechnungen. Also der Urlaub ist dann schon wieder vorbei und wir müssen wieder arbeiten. Den Kindern geht es grundsätzlich ziemlich gut. Sie sind nur schon alle ziemlich müde. Das heißt, ich werde jetzt alle mal ins Bett stecken. Rose, du schläfst hier. Jared, du schläfst hier. Violet, du kannst eigentlich sonst noch ein wenig malen. Platziere das mal im Inventar. Ivy, du kannst zuerst noch baden gehen. Und dann gehst auch du schlafen. Dann haben wir noch Daisy. Was könnte Daisy machen? Daisy wird einfach noch ein Buch lesen. Und zwar liest sie irgendetwas einfach. Ist das einer von unseren? Romeo, was machst du hier draußen? Hä? Oh nein. Wieso können die durch die Türen gehen? Ivy, sorry, du musst dich jetzt zuerst um das kümmern. Du wirst alle in den Stall treiben. Und dann werden wir das alles absperren. Und den Stall säubern können wir auch gleich. Und Emma, du wirst dich jetzt um den Garten kümmern. Da wir wieder Rechnungen haben, müssen wir morgen wieder jede Menge Geld verdienen. Dann werden wir hier mal alles jäten. Ich würde nämlich sehr gerne hier ein paar Sachen ernten. Aber zumindest können wir einige Dinge weiterentwickeln. Und dann kann sie eigentlich gleich kochen. Und zwar, was können wir einmachen? Wir können Blaubeermarmelade machen. Dann machen wir jede Menge Marmelade und Schokoladensirup. Das ist auch immer gut. Okay, die Hühner sind im Stall und wir werden das jetzt abschließen. Ja, wie soll ich das denn jetzt abschließen? Wir sperren das mal für alle Hühner ab. Einfach für alle Hühner absperren. Und wie das dann mit den Füchsen ist, ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube, die kommen sowieso immer rein. Dann kann Ivy eigentlich hier oben eine Dusche nehmen. Und dann kann auch sie ins Bett gehen. Und wir haben es mal wieder wie immer. Es ist zwei Uhr früh. Emma kümmert sich um alles, während ihre Kinder schon alle seelenruhig schlafen. Bereitet sie jetzt noch mehr Schokoladensirup zu. Schokoladensirup ist nämlich wirklich am besten. Es geht am schnellsten und es bringt auch am meisten Geld ein. Aus irgendeinem Grund hat Ivy plötzlich Angst im Dunklen. Außen bei Nacht selbst sicher sein. Lauende Furcht. Angst vorm Monster. Ja, das ist tatsächlich nicht gut. Aber sie hat doch ohnehin ein Licht in ihrem Zimmer. Mach einfach mal ein Nickerchen neben deiner Mutter im Bett. Ich glaube, das sollte funktionieren. Oh, Ivy wacht die ganze Zeit wieder auf. Ivy hatte dann immer wieder geraten Albtraum. Oh nein, Ivy. Wieso ist der Sensenmann schon wieder hier? Was passiert? Ist schon wieder eins unserer Hühner gestorben? Nein. Kam er nicht aus dem Stall? Anscheinend war der Sensenmann gerade zu Besuch. Keine Ahnung warum. Aber ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt, um den Part an dieser Stelle jetzt zu beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Abo und besonders auch über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald. Bis bald.